Die Liefer war zu einem unglaublichen Preis von 369,99 Euro unser schwarzer Massagesessel mit Eizfunktion. Ich weiß gar nicht, euch kann man gar nicht ansprechen. Jetzt muss ich echt was dazu sagen. Ganz ehrlich, ich glaube, das sagt doch alles, oder? Das ist gesessen, gerade als ich umgezogen bin. Das ist gerade mal ein paar Monate her, habe ich mich also in den Einrichtungshäusern mal umgesehen. Und da ging es natürlich auch mal irgendwann um das Thema bequemer Fernsehsessel. Finde ich immer sehr schön. Ich habe ein bisschen was Dekoratives gesucht. Vor allem habe ich was Bezahlbares gesucht und ich habe mich jedes Mal auf den Hosenboden gesetzt, wenn man für so einen blöden Sessel, so ohne Schnickschnack, noch nicht mal mit Massage oder mit sonst irgendwelchen Funktionen, schon 500, 600 Euro auf den Tisch legen soll. Und drei Monate warten. Und drei Monate, wenn du Glück hast im Moment. Aber so sieht es doch leider realistisch aus. Wir machen unsere Witzchen drüber, aber Sie werden das Thema wahrscheinlich auch kennen. Und jetzt haben wir hier ein wunderschönes Möbel. Also der Stuhl, der Sessel alleine ist schon ein absoluter Knaller. In diesem Schwarz. Ich werde auch gleich mal aufstehen, so schwer wie es mir fällt. Und werde den man in seiner vollen Pracht zeigen. Der fühlt sich sensationell an hier, oder Monika? Ja, der ist wunderschön. Man sitzt hier richtig gut drauf. Das Polster, das mag ich sehr gerne. Pass auf, ich baue den mal wieder zusammen. Und dann noch mit der Fernbedienung. So, Achtung. Den möchte ich mir im Ganzen zeigen. Der hat dieses Kunstleder. Und das finde ich so fantastisch, weil es ein richtiger Hautschmeichler ist. Auch wenn man mit einer kurzen Hose drauf sitzt, anders als echtes Leder, bleibt man eben nicht so kleben. Und jetzt gucken Sie mal, sehen Sie diese Struktur, die der hier hat? Das ist sensationell. Auch hier in den Armen aus Möbeln. Nirgendwo anders gesehen. Noch nicht mal im Ansatz. Und nachdem wir uns den Preis bei Pörl.de... Das ist jetzt Pörl.tv und wir wollen Sie daran teilhaben lassen mit unseren super Preisen. Schauen Sie mal, wie dick und weich der gepolstert ist. Hammer, oder? Das Kopfteil hier, das ist schon super. Das Kunstleder an sich ist natürlich auch viel, viel pflegeleichter als echtes Leder. Und der sieht einfach schick aus. Was soll ich Ihnen sagen? Achtung bitte, da schaffen Sie noch nicht mal die Tagesschau. Ganz ehrlich, nach so einem langen Tag in so einen Sessel zurück. Wahnsinn. Und jetzt verrate ich Ihnen noch was. Der hat eine Massagefunktion. Der hat drei Massagezonen, logischerweise hier vorne im Oberschenkelbereich. Der hat hier im Rücken, im Lendenwirbelbereich und hier im Rückenbereich drei verschiedene Massagezonen. Sechs Massagemotoren. Das ist eine Art Vibrationsmassage. Und die lässt sich natürlich ganz einfach und komfortabel jederzeit mit dieser... Finden Sie doch ganz einfach. Wo haben wir sie? Die Heat-Funktion mit dazu. Und das habe ich jetzt mal eben gemacht. Dann kommt auch noch die Wärme mit ins Spiel. Ja. Und gerade die Wärme so im unteren Rücken, im hinteren Rückenbereich, wenn man so einen langen Tag hinter sich hatte. Und sich einfach nur mal zurücklehnen möchte, Zeit für sich haben will. Mit einer schönen Fernsehserie, mit der Lieblingsserie oder auch mal mit einem guten Buch. Also das ist für mich Entspannung pur. Das ist Luxus pur. Und der ist meines Erachtens mit Geld nicht zu bezahlen. Denn mit so etwas haben Sie genau die Entspannung, die Sie nach einem langen Tag haben wollen. Und selbst wenn keiner drin sitzt, sieht er doch sensationell aus, wenn du ins Wohnzimmer reinkommst. Er sieht sensationell aus. Er ist heute 100 Euro runtergesetzt. Schauen Sie sich diesen Sessel mal genau an. Ich drehe dich mal eben kurz zur Seite, Moni. Wenn wir hier unten auf den Fuß schon gucken. Schauen Sie mal, der ist auch mit diesem Kunstleder überzogen. Der Fuß sieht äußerst elegant aus. Das ist ja oft bei Massagesesseln, dass sie sehr klobig aussehen. Und das sieht nicht gut aus im Wohnzimmer. Das ist ein sehr eleganter Sessel, wie er da steht. Und er hat eben dazu noch diese Massage- und Hitzefunktion dazu. Und er ist lieferbar. Das heißt, wenn Sie den heute bestellen, ist er in wenigen Tagen bei Ihnen. Nicht wie im Möbelhaus, wo Sie wirklich ein paar Monate drauf warten müssen. Dieser hier kommt Versandkosten. Wir schenken Ihnen die Versandkosten. Der kommt versandkostenfrei zu Ihnen. Speditionskosten gehen ja auch immer schön mal hoch. Und dann hat man Lieferkosten noch mal von 50, 60 Euro vor meinem Möbelhaus. Speditionen sind teuer. Hier ist alles drin für 369,99 Euro. 100 Euro billiger, preiswerter als alle unsere anderen Kanäle hier als Jubiläumsangebot. Ich sage nur, Preis, Preis, Preis. Und dann noch diese tolle Funktion mit so einem eleganten Möbelstück. Also man wäre wirklich verrückt, wenn man jetzt nicht zugreift. Den Preis hatten wir noch nie. Und jetzt haben wir halt ein Konpigent, was wir Ihnen anbieten wollen hier. Von unserem Luxus-Massagesessel, der auch noch heizen kann in diesem wirklich edlen Design. Sehr, sehr pflegeleit. Das können Sie einfach abwischen, wenn da irgendwelche Flecken drauf kommen. Es wird nicht brüchig wie Leder und ist eben super bequem überall. Sie sitzen da drauf wie auf einer Wolke. So weich ist der. Ja, der ist ja so schön. Wenn du ganz normal aufrecht sitzt, hast du ein gutes Buch in der Hand oder möchtest mal Nachrichten gucken. Seriös, aufrecht sitzend, ja, so wie sich das gehört. Oder eben richtig schön gemütlich hier an dieser Stelle. Ich stelle mir das wirklich vor, wenn man so abends nach Hause kommt, was richtig so kaputt ist. Wenn man einfach nur sagt, komm, ich will jetzt nur noch in die Jogginghose, ich will jetzt ein olles T-Shirt anziehen. Ich will jetzt einfach nur noch mein Getränk neben mir auf den Tisch stellen. Glotze an. Welt draußen lassen und den Feierabend richtig schön genießen. Das sind Bilder im Kopfkasten. Ja, aber genau das ist doch so ein sehr... ... der Extraklasse. Und wir müssen natürlich beim Fernseher jetzt mal anschauen. Ich denke, Sie haben schon einen Flachbildschirm. Ja, werden Sie oben, unten, links, rechts keine Lautsprecher mehr entdecken. Die sind hinten eingebaut. Entweder nach unten zur Seite oder nach hinten. Das heißt, das Klangvolumen geht auch durch die Größe der Lautsprecher verloren. Und das gleichen wir aus mit einer Soundbar. Und dieser Preis, der ist einmalig. Ich habe seit drei Jahren eine Soundbar bei mir am Fernseher. Ich will sie nie mehr vermissen. Monika, hast du auch eine Soundbar? Ich habe auch eine, aber deutlich mehr gezahlt. Jeder hat mehr bezahlt. Ich habe auch mehr bezahlt. Das ist ein Wahnsinnsangebot. 59,99 Euro. Und egal, was Sie anschauen, ob das Nachrichten sind, ob das Sportveranstaltungen sind oder natürlich Blockbuster. Plötzlich haben Sie den Klang wieder ähnlich. Ich sage extra ähnlich wie damals im Kino, als Sie den Blockbuster vielleicht das erste Mal gesehen haben. 59,99 Euro. Das ist etwas, was ich noch nicht gesehen habe. Ich habe gerade vom Pearl.de-Preis gesprochen. Den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam. Das können Sie auch. Und damit haben Sie dann den kompletten Klang, wie er gemeint ist, wieder im Fernsehen. Wirklichkeit, den Zweitfernseher, den viele im Schlafzimmer haben, damit auszustatten. Fernbedingungen. Sie sieht sehr elegant aus in dieser Klavierlack-Optik. Passt ganz einfach unter Ihren Fernseher. Passt sich Ihrem Raum an, kann man schon fast sagen. Die Bestellnummer zum Spitzenpreis ist die ZX 1788569. Für 59,99 Euro. Das müssen wir uns noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Rufen Sie schnell an. Der Preis gilt nicht lange. Wir haben Sie bereit für Sie. Ablager. Also schnell sein und ran ans Telefon. Viel Spaß damit.